Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen eine ganz besondere Goodiebox auspacken. Und zwar ist es die Welcomebox. Und wenn du Bock... Reden? Deutsch, Englisch, auseinanderbröseln. Und wenn du Bock drauf hast, mir zusammen mal in diese richtig schöne senfgelbe Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich diese Box in Kooperation zugeschickt bekommen habe, um sich hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Goodieboxen-Team. Und ja, weil es eine Kooperation ist, verlose ich auch in diesem Video wieder etwas. Und zwar auch wieder ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ihr wisst ja, dass ich die Goodiebox schon, ich würde mal sagen, so ziemlich, seitdem sie in Deutschland eingetroffen ist, hier auch vorstelle. Und bei der Goodiebox ist es so, dass wenn du ein neues Abo machst, dass du nicht die aktuelle Goodiebox bekommst, sondern dass du die Welcomebox bekommst. Als erste Box, einfach als Willkommensgeschenk. Und die möchte ich euch hier einfach mal vorstellen, dass wir sehen, was in der aktuellen Welcomebox drin ist. Wenn ihr die Box neu abonnieren möchtet, könnt ihr das super gerne über den Link in meiner Infobox tun. Und da bekommt ihr nämlich dann on top ein E-Cooking-Vitamin-C-Serum im Wert von 52 Euro. Das müsste hier auch noch drin sein, da schauen wir gleich mal rein. Die Goodiebox ist eine Box aus Dänemark, die monatlich erscheint, die kostet 19,95 Euro pro Box und pro Monat. Gönnt euch die Box, Leute, wenn ihr auch Bock auf den Adventskalender habt, denn in der Regel ist der Adventskalender dann für Abonnenten etwas vergünstigt und eher verfügbar. Und er ist immer sehr heiß begehrt, also gönnt euch. Also pro Monat erwarten uns Produkte im Wert von mindestens 70 Euro hier drin. Das Ganze funktioniert halt auch deswegen so gut, weil die halt kein Rampampam-Marketing machen. Also du hast halt keine überteuerten Werbeausgaben oder sonst irgendwas. Und ja, deswegen haben die halt die Möglichkeit, das Ganze so zu gestalten. Ja, mich bewegt diese Box immer wieder, das wisst ihr. Und ich muss jetzt schon wieder, also unglaublich, oder? Ich bin jetzt schon wieder bewegt, obwohl ich noch gar nicht reingeschaut habe, aber ich weiß, was mich drin erwartet, beziehungsweise ich weiß, dass mich Liebe in dieser Box erwartet. Und das finde ich immer total toll. So, ja, das Ding ist auch, wenn man halt Abonnent ist von der Box, beziehungsweise ein Member, hat man Zugriff auf das Member-Portal oder auf das Member-Universe, wo man dann auch, ja, so irgendwie Einschlafhilfen hat, wo man auch so richtig so Me-Time-Geschichten mitmachen kann, was ich auch total schön finde. Das wusste ich vorher gar nicht. Das wurde mir jetzt halt auch gesagt, ne, als ich hier das Briefing bekommen habe. Und das finde ich sehr interessant, muss ich gestehen. Entspannung mit Mindfulness nennt sich das nämlich. Für besseren Schlaf, dann hast du Gesichts-Yoga, Yoga an sich, also Yoga by Faith Hunter, X-Goodie-Box hast du da auch mit dabei. Finde ich schon sehr cool gemacht, ne? Also, dass halt das Gesamtpaket geliefert wird. Und das ist echt, also nicht selbstverständlich, muss ich gestehen. So, fünf bis sieben exquisite Produkte, mindestens zwei Produkte in Originalgröße werden wir hier drin finden. Ich mache die Schublade auf. Wir haben halt immer vom Design her immer so eine Schublade, da kannst du dir auch so ein schönes Regal draus basteln, ne? Finde ich echt schön. Und, ähm, ich trinke mir einen Schluck, Leute. Ich bin jetzt schon wieder so offen. Eieiei, also, bei der Welcome-Box haben wir hier noch die Möglichkeit, dass wir ein, ähm, richtiges Anfass-Leaflet haben. Also dieses hier, ne? Und dieses hier, mittlerweile haben die umgestellt auf ein Digital-Leaflet. Dadurch wird Papier gespart und Ressourcen geschont. Finde ich auch total cool. Und ich habe zwar bei der letzten Welcome-Box, die ich ausgepackt habe, auch schon dieses hier vorgelesen, aber komm, wir gönnen uns das nochmal, weil das ist, das geht ans Herz, sage ich euch. Okay, es ist Zeit. Du hast nicht die richtige Größe. Du bist zu klein. Komm mal runter. Lächeln nicht vergessen. Entspann dich. Sei eine Frau. Nicht zu viel Frau. Mach Karriere. Sei eine Mutter. Hab Kinder. Hab noch mehr Kinder. Mach etwas Gutes aus dir. Mach etwas aus dir. Gründe ein Unternehmen. Sei zu Hause bei deinen Kindern. Es gibt immer etwas, von dem uns jemand sagt, dass wir es falsch machen oder nicht gut genug sind. Erwartung anderer wird es immer geben. Scheiß drauf. Es ist Zeit, in deine liebsten High Heels oder bequemsten Sneakers zu schlüpfen und an den Leuten vorbeizulaufen, die dir sagen, dass du etwas sein sollst, was du nicht bist. 83% der Frauen kämpfen mit Schuldgefühlen. Das bedeutet, dass es jeden Tag Frauen gibt, die das Gefühl haben, nicht das Richtige zu tun, nicht gut genug zu sein oder den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Was und wie eine Frau zu sein hat. Scheiß auch darauf. Wir sind Goodiebox und wir sagen, es ist Zeit. Zeit, dich davon zu verabschieden, es jedem und allem recht zu machen. Zeit, dich von den Erwartungen der Gesellschaft zu verabschieden. Zeit, dich nicht mehr schuldig zu fühlen, wenn du das tust, was dir gut tut. Es ist Zeit, sorry, not sorry zu sein. Das ist so wichtig, Leute. Zieht euch das rein und es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Herzlich willkommen in der Goodiebox-Familie und ein Hoch auf dich, dass du dir selbst etwas Gutes tust. Happiness ist unsere DNA, Beauty unser Antrieb und Female Empowerment unsere Intention. Wir sind überzeugt, dass Glück zunimmt, wenn wir aufhören, uns für uns selbst zu entschuldigen und einfach anfangen zu leben. Wir wollen dich inspirieren, genau so zu sein, wie du bist und genau das zu tun, was du willst, ohne dich dafür zu entschuldigen. Wir wollen, dass du dich von deinen wahren Wünschen leiden lässt und nicht nach den Erwartungen anderer lebst. Wir möchten dich ermutigen, dein Glück zu verfolgen. Wir wollen dich motivieren, Veränderungen zu schaffen, die Veränderung zu sein. Denn wenn es um Glück geht, sollte es keiner Frau jemals leidtun, es einzufordern. Es ist unser Ziel. Mach es doch auch zu deinem. Das ist schön, oder? Oh Mann, ich finde es richtig cool. Hier sind die Produkte aufgeführt mit ziemlich pfiffigen, schnippischen Kommentaren dazu, was ich immer cool finde. Dann haben wir hier die Goodiebox an sich. Ich nehme hier das Seidenpapier zur Seite und hier haben wir dann quasi den Blick in die Box mit den Welcome-Produkten. Hier habe ich dann einmal das Produkt, was ihr dann als Goodie on Top mit dazu bekommt. Das ist das Vitamin C Serum von E-Cooking. Hyaluronsäure ist hier mit drin. Und genau, das ist jetzt gerade im Sommer auch total super. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr dann auch einen guten Lichtschutzfaktor verwendet, um die Hautbarriere auch entsprechend zu stärken. Aber Vitamin C in Kombination mit Lichtschutzfaktor soll 1A funktionieren und dementsprechend gönnt euch das auf jeden Fall. E-Cooking ist auch eine sehr mittlerweile bekannte und beliebte Marke, weil die halt auch gute Inhaltsstoffe haben. Und darauf achtet die Goodiebox tatsächlich auch sehr, was ich echt schätze. Also mit dem Link in meiner Infobox kriegt ihr das on top. Finde ich cool, muss ich sagen. Sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik haben wir halt immer wieder in den Boxen drin. Und da habe ich zuallererst hier von Emco Beauty ein Illuminating Stick. Den hatte ich auch schon mal, ist in der Farbe Rose. Mir persönlich ist dieser Glow Highlighter leider ein bisschen zu dunkel. Also bei mir passt es leider nicht, weil ich halt sehr, sehr hellhäutig bin. Aber an und für sich ist es ein schöner Stick-Highlighter, der relativ subtil ist und nicht zu aufdringlich in seiner Art und Weise. Und deswegen auch ein cooles Produkt, was das erste Produkt in der Welcome Box drin ist. Emco Beauty ist eine Marke, die uns auch öfters mal über die Füße läuft, wenn wir die Goodie Box öffnen. Das ist aber auch, glaube ich, wo kommen die denn weg? Wo kommen die denn wo weg? Australien. Okay. Auch das finde ich interessant. Ja. Cruelty-free und vegan. Ist auch immer ganz schön, wenn das so mit dabei ist. Dann haben wir hier etwas drin. Und zwar ist es von Evoluderm Gelé Corp Detox. Das ist ein Kokos- und grüner Tee-Extrakt-Körper-Moisturizer. Das ist dieser hier, kommt aus Frankreich. 200ml sind hier drin. Und da muss ich jetzt mal dran riechen, denn während der Schwangerschaft hat sich einfach mein Geruchsempfinden so hart geändert. Ich mag auf einmal Kokos, Leute. Es ist aufregend, wirklich. Es ist wirklich total verrückt. Ja, es ist wirklich verrückt. Ich mag den Duft gerade. Es ist wirklich verrückt. Normalerweise war ich immer so vom Team, boah, nee, mit Kokos kannst du mich jagen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, hm, könnte wahrscheinlich auch schön frisch sein mit dem grünen Tee und dann Kokos. Jetzt gerade so im Sommer ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Die Frau, die dreht echt durch. Ich sage es euch. Ganz verrückt. Wirklich ganz verrückt. Ich finde es cool. Ich werde es auch tatsächlich einfach mal ausprobieren, ne? Das hier hatte ich tatsächlich schon mal. Habe ich aber dann einer Freundin weitergegeben, weil die das gerne haben wollte und ausprobieren wollte. Das ist von Gold Professional Hair Care Hair Scalp Massager. Aktuell habe ich nämlich, glaube ich, gar keinen eigenen mehr. Das ist so aus Silikon. Und damit kannst du deine Kopfhaut halt so schön massieren. Was ich total schön finde. Das ist super angenehm, weil diese Silikonteile, die da drauf sind, sind so weich und sanft und dehnbar. Und das piekst nicht oder so. Also das sieht jetzt erstmal recht pieksig aus. Ist aber ein super angenehmes Produkt, was echt schön ist. Damit kannst du dir das Shampoo in die Kopfhaut richtig schön einmassieren. Du machst dann auch eine leichte Kopfhautmassage, wodurch dann ja auch die Durchblutung angeregt wird und so, ne? Also cool. Wird auf jeden Fall jetzt bei mir in die Dusche wandern, dass ich das dann wieder anwende. Dieses Produkt hatte ich mit dabei, als ich auf der Glow war. Also das habe ich aktuell angebrochen von Marlene & Götz. Eukalyptus Deodorant. Da sind 5,1 Gramm drin. Das ist ganz süß. Das ist so ein kleiner Stick. Ist aber ideal zum Verreisen und in der Handtasche und so, ne? Weil, ja, das dauert schon eine Weile, bis man das aufgebraucht hat. Und ich muss wirklich sagen, dass der mich auf der Glow auch echt gut geschützt hat. Also ich habe da auch jetzt nicht irgendwie einen super Eukalyptus krassen Duft oder sowas wahrgenommen. Es war halt angenehm. Ein schönes Gefühl unter den Achseln. Das hat mir wirklich geholfen. Und deswegen kommt der auch in meine Backups, weil das eigentlich eine ganz gute Geschichte ist, wenn man unterwegs ist, ne? Das stellt man sich ein bisschen komisch vor. Vor allem, wenn du dann ja auch unter den Achseln theoretisch schwitzen würdest und so. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn meistens hast du ja irgendwie ein Tempo, dass du kurz deinen nassen Schweiß dann auch irgendwie wegmachen kannst und dann da drüber gehen kannst. Und das erfrischt, es hilft, es ist sanft, es brennt nicht. Ich mag den gerne. Dann haben wir hier etwas drin, was sehr, sehr hochpreisig ist. Und zwar von Able Skincare. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal aufgebraucht habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist noch in meinen Backups. 3 in 1 Glykolsäure Moleküler Boost Eye Serum. 15 Milliliter haben wir hier drin. Ich glaube, das ist wirklich super, 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 super teuer. Super teuer. Ich glaube, jetzt zieht gerade ein Gewitter auf. Egal. Und das finde ich echt angenehm, ne? Dass hier einfach mal so eine schöne, sackteure Marke drin ist, dass man die einfach ausprobieren kann. Weil das ist ja auch das, was Beautyboxen ausmacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Wir freuen uns doch darüber, wenn wir halt so teure Produkte drin haben. Manchmal fragt man sich dann so ein bisschen, werden halt manche Produkte reingepackt, um den Wert höher zu treiben. Aber hier sind ja alle Produkte von einem recht angenehmen Wert, ne? Also es ist halt tatsächlich so, dass nicht nur ein Produkt dann den Wert rechtfertigt, sondern die Masse macht es hier halt tatsächlich bei der Goodiebox. Und da finde ich es einfach ganz nett, wenn wir von so einer teuren Marke hier ein Produkt drin haben, was wir uns safe nicht einfach so im Laden kaufen würden. Denn so kann man es einfach mal ausprobieren. Risiko dabei ist halt einfach, dass einem das richtig, richtig gut gefällt und man es nachkaufen will, ne? Das ist immer das Problematische dabei. Aber ich finde es cool, dass wir das hier drin haben und man es einfach mal ausprobieren kann, oder? Und das ist ja auch keine Testergröße. 15ml ist ja der normale Full Size. Hier habe ich jetzt etwas, was ich in meinen Full Face Beauty Boxen für den September mit reinnehmen kann. Und zwar von Benefit, die Roller Lash Mascara. Die ist schon cool. Die hat nämlich so ein Gummibürstchen, was so bananenförmig gebogen ist. Das greift die Wimpern schön und das macht halt wirklich einen schönen Look auf den Wimpern, ne? Verlängert die Wimpern und das mag ich gerne leiden. Denn noch lieber mag ich von Benefit tatsächlich mittlerweile, das war eigentlich immer der Fall, die Bad Girl Bang Mascara, diese tannenbaumförmige Gummibürste. Trotzdem, die finde ich aber auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das kommt ins Full Face Beauty Boxen mit rein. Schminke ich monatlich und da sammle ich halt aus allen Beauty Boxen, die halt bei mir eingetroffen sind in dem Monat, ne? Die jeweilige dekorative Kosmetik und packe die in mein Gesicht und schaue, wie die so zusammen funktioniert. Und das finde ich immer sehr, sehr angenehm und sehr, sehr interessant. Dann habe ich hier von Terre de Mars ein Shampoo drin. Und zwar ist das die Nummer 019. Shampooing, nein, Radition Revitalizing Shampoo. So, 150ml sind hier drin enthalten. Und hier haben wir Kaffeeextrakt, was regenerieren soll. Verbena, was tonisieren soll, also so ausgleichen soll. Und Weizenprotein, um halt die Feuchtigkeit zu geben. Auch hier wieder cruelty free und vegan. Also, da bist du halt auch ganz gut gepflegt, ne? Und das kannst du dann sehr gut in Anwendung nehmen, zusammen mit diesem Kopfhautmassage-Produkt. Und das wäre dann auch die Welcome-Box gewesen. Und ich finde, so als Willkommensgeschenk passt das zu Goodiebox. Denn ich habe jetzt ja schon super viele Goodieboxen mit euch zusammen auch ausprobiert, ausgepackt. Und das repräsentiert die Goodiebox halt auf einem, ja, sehr guten, sehr guten Verhältnis. In einem sehr guten Verhältnis. So, dass man da einfach mal so ein bisschen einsteigen kann. Was ich bei der Goodiebox halt auch immer total schön und charmant finde, das ist, dass du die halt monatlich kündigen kannst. Der Kundenservice ist richtig, richtig gut. Also, es wird sich halt auch um die Leute gekümmert. Man bekommt eine Antwort, wenn man eine Frage stellt. Es ist der Wahnsinn, wirklich, ne? Und ich kann es halt sehr empfehlen. Also, ich lese es auch immer wieder bei euch, wenn ich halt auch Goodiebox-Unboxings mache, wie positiv eure Resonanz dann auch entsprechend dazu ist. Und auch generell, wenn ich mir die Kommentare einfach so durchlese, dass ihr sehr glücklich über die Goodieboxen seid. Und deswegen mache ich das einfach gerne, dass ich euch da einfach jetzt auch dieses Angebot mit präsentieren möchte. Dass man halt dieses Serum, das Vitamin-C-Serum von e-Cooking jetzt gratis mit dabei bekommt, wenn man die jetzt über meinen Link neu abonnieren würde. Genau. Ja. Und ich hoffe, dass die Goodiebox jetzt auch meine Adresse gespeichert hat. Denn das hatte jetzt ja die letzten drei Monate nicht funktioniert. Weswegen ich letztes Mal drei Boxen auch einmal gekriegt habe. Yay. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir in meinem Unboxing von der Goodiebox Welcomebox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir das sehr, sehr gerne. Einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.